Oh mein Gott, was passiert jetzt? Sechs Spikes. Wirklich unglaublich, hat man echt keine Chance. Was? Es ist komplett verbuggt. Hä? Creator Code? JoJonas. Hey Leute, heute gibt es eine XXL-Folge, denn heute reagieren wir auf die Top 500 der krassesten Momente in Brawl Stars. Original-Video ist hier immer in der Beschreibung verlinkt. Schaut gerne vorbei und euch jetzt viel Spaß mit dem Video und lasst gerne ein Abo da für weitere Reaktionen. Let's go. Auf geht's, wir legen los mit dem ersten Clip und befinden uns direkt im Brawl Ball und beginnen mit diesem Schuss. Wie krank. War der Schuss. Also so einen Kill hatte ich noch nie. Einen Double Kill mit Rock habe ich schon mehr hinbekommen, aber alle drei ist schon sehr krass lucky, muss man sagen. Und das sieht auch krass aus. Das ist halt nur auf dieser Map möglich, mit diesen ganzen Knochen und dem Gadget von Rico. Oh nein, der Spout hat sich eingesperrt, den Kopfgeld jagt. Alter, aber der Rico carried das komplette Team und killt den Spout mit den drei Mielen. Das war richtig. Oh, wir haben Geschenke raus. Was hat die gemacht? Oh lol, der Gale. Hä, der Gale einfach. Hä? Aber eigentlich war doch der eigentlich Team-Mate. Also eigentlich hat er gar nichts gebracht am Ende, aber trotzdem sah es cool aus. Oh nein, und die haben den Crow vergessen. Das war RIP. Okay, Tick und Dynamite greifen zusammen an. Colt kommt auch noch dazu. Oh mein Gott, war das auch, als das Cold Gadget so OP war, vor dem Nerf? Ich denke schon. Wahrscheinlich wurden die alle drei mit diesem Schuss ausgeschaltet. Nein, denn der Sprout ist weggepackt, aber der Headcast direkt hinterher. Okay, das war, muss ich sagen, ja, das ist halt unbündig gelaufen. Alter, bestimmt mal Penny irgendwie 20 Cubes, ja. Oh, das war so klar. Und dadurch ist er gestorben. Okay, Gale gegen Boxer. Man muss auch ehrlich sein, also gegen Gale. Gale ist so ein nerviger Brother, wenn man als Tanker gegen spielen muss. Es ist wirklich unglaublich, hat man echt keine Chance. Was? Hä? Also die gesamte Map ist voll mit... Was? Ist voll mit diesen Zäunen gewesen trotzdem. Eigentlich würde es gar nicht gehen. Wie ist gerade Edgar gerade gestorben? Keine Ahnung. Oh nein, jetzt kommt der Mod. Was war das schon wieder? War es ein Triple Cache mit Cold oder so? Ich habe es glaube ich gar nicht richtig gesehen. Okay, also Leon und ich ziehe die Kiste. Edgar kommt angesprungen. Oh, und was passiert jetzt? Und er ist gestorben. Ich fand eigentlich in dem Club gar nichts so Besonderes, oder? Wenn ich es lost. Viele Sachen verstehe ich nicht, so wie ich es verstehen sollte. Er hat sich gerade weg teleportiert und dann ist die Baby durch Zufall aufs Jump. Das gibt es nicht, oh mein Gott. Ja gut, ihr 20 Cubes hättet er sowieso nicht gehen können. Okay, jetzt haben wir zwei Babys gegen einen Dynamike. Er stunnt die erste Baby. Oh, und die andere Baby. Die andere Baby hat einen aus der Old rausgehauen. Und ein Team. Oh nee, sowas kann ich nicht leiden. Das ist kacke. Oh, kann der Spawn sich irgendwie wehren? Er ist voll in der Ecke. Wait, das ist illegal. Was? Ey, ist krass. Das war übel schlau. Also man kann sich wirklich halt über die andere Seite drüber backen. Ist eigentlich mega smart, weil dann... Oh mein Gott, was passiert jetzt? Was machen die jetzt? Die springen los. Und die Schell hat alles wegrasiert. Alter, es waren zwei Pipers. Okay, die konnten doch echt nichts machen. Die dachten, die können überraschen als Nahkämpfer. Aber es waren zwei Pipers auf einmal. Okay, das ist... Die mehr vermisse ich auch. Die sind sauviele Wände. Die mag ich. Und er ist zurückgesprungen. Wird von der ersten Bubble getroffen. Und dann wird er einfach von der zweiten Bubble wieder getroffen. Das ist halt... Aber sowas sieht man auch wirklich öfter. Das passiert irgendwie ziemlich oft. Muss man wirklich sagen. Die Pipers respawned. Springt erstmal hoch. Macht das eigene Tor. Warum? Und vor allem, der Schuss war noch verkackt vom Gegner. Warum macht man sowas? Ey, ohne Witz. Also das war echt der schlimmste... Der schlimmste Fail bisher. Wenn der eigene Mate einfach solche dummen Plays macht. Ich verstehe diese Mates nicht, die immer die Wände aufmachen. Die einen schützen eigentlich. Ey, die spinnen sich. Noll. Acht Cubes hat der. Und jetzt? Die Jean Hunt. Oh mein Gott, das war so Karma jetzt. Yes! Und der andere rastet schon aus. Und die haben verloren. Ey, das war verdient. Die Leute, die sich spinnen, haben es echt verdient. Hey, die Map war übel geil. Die sind alle so nach außen geflogen. Hättest du das gesehen? Was ja cool aus. Okay, eigentlich müsste es ja... Okay. Das war schon eiskalt. Ich meine, er hatte 10 Cubes, klar. Aber trotzdem krass, wie er eiskalt einfach den Dynamite abgewettert hat. Und das war krass vom Mortis. Das schaffen nicht viele. Da ist er genau in den Weg gejumpt. Und hat den Kill verhindert. Oh mein Gott. Jetzt wird es richtig. Der Tick wird hier rumgeworfen. Hey, was ist hier passiert? Ne, oder? Was? Er wurde in der Luft nicht getroffen. Gleichzeitig ist der Boxer gestorben, weil er den Dick beschützt hat. Das ist doof gelaufen. Und die beiden Adgas, ja! Oh! Und der Dynamite hat es geschafft zu überleben. Das ist nicht leicht. Gegen zwei Adgas auf einmal. Die Bubble kommt hier noch zurück. Ja, Alter. Das war stark. Okay, Tick-Kopf. Äh, was zur Hölle ist da passiert? Wieso hat sich der Tick-Kopf denn mit teleportiert? Oh, die Wand ist aufgegangen? Wie ist die Wand gerade aufgegangen? Keine Ahnung. Aber das war es für den Tick wahrscheinlich, ne? Aber keine Ahnung. Wie? Keine Ahnung. Wie sitzt der Kopf teleportiert? Ich weiß es nicht. Was ist das? Oh, Energy Drink. Ja, gut. Also, das war irgendwie zu erwarten, ne? Also, sowas, das will der Boxer auch machen. Lol, drei Rikos gegen drei Rikos. Jetzt bin ich gespannt. WTF? Also, das sah saukrass aus. Am Ende sind einfach nur alle drei tot. Äh, alle sechs sind sogar tot. Das heißt, keine Ahnung, wieso. Ich will ja gerne wissen, wie die Runde am Ende ausgegangen ist. Aber im Grunde genommen können die eigentlich nicht viel machen, außer die ganze drauf zu schießen. Oh mein Gott. Das war übel der krasseste Save. Er wird extra noch drauf geschlagen. Er hat dann realisiert, er kann es nicht mehr aufhalten. Und ist gesprungen. Und hat ganz knapp vor der Linie den Ball abgefangen. Muss er erstmal realisieren und schaffen. Das war ein starker Play von Edgar. Oh, Boxer gegen Search. Hätte er nicht eigentlich getraut. Er hätte doch zurückgenockt werden müssen, oder? Oder Schaden? Hey, das war übel der Bug. Er hätte eigentlich Schaden kriegen müssen. Eigentlich ist der Search genau auf ihm drauf gelandet. Normalerweise hätte er von Schaden kriegen müssen. Oh mein Gott, die Ult. Was ist da passiert? Wir schauen es mal nach. Keine Ahnung. Aber irgendwie ist er gestorben. Es war knapp. Keine Ahnung. Hatte ich gar nicht mal so krass im Moment. Okay, der ist halt gesprungen. Sie hätten in den Teleport reingegangen. Das war auch nicht optimal. Oh, ja. Hätte er sich halt überlegen müssen, was besser wäre. Er ist am Ende dem Tickkopf nicht ausgewischt und ist noch doppelt in diese Lore reingelaufen. Das ist gut von Gene wegzuziehen. Äh, der Boxer. Oh. Okay, ich nehme alles zurück. Das wollten die machen. Krass. Habe ich noch nicht so oft gesehen. Ist aber möglich. Ja, dass man den Bot eben so in die Ecke wirft und er dann stuck ist. Ist eine perfekte Verteidigung. Aber was passiert bei dem Bot in der Ecke? Dann noch ein zweiter Bot? Ich weiß es nicht. Alter, der Surge ist ja absolut abends werden. Oh mein Gott. Dann kommt der Mord. Das ist ein wenig. Aber ich glaube, sowas kennen alle von uns, oder? Wenn man irgendwie versucht auszuweichen, ganz wenig Leben hat. Was war das denn? Oh mein Gott. Sind beide gestorben? Ich weiß es nicht. Wenn man ganz wenig Leben hat und dann kommt einfach irgendwer aus der Ecke und staubt euch ab. Wisst ihr, was ich meine? Oder man ist der eigene, der abstaubt und kriegt einen mit 0,5 HP gerade noch so. Das ist dann auch geil. Oh nein, der Bär. Der Bär. Ja, irgendwie. Ey, der ist eiskalt. Der nimmt den Nächsten auch noch. Hups. Oh mein Gott, der Bo. Ey, das war richtig gut. Nein, ich war... Oh mein Gott. Nein. Der hat drei Kills gemacht, der Bär. Was? Ey, die Szenen sind teilweise echt zu krass, dass man es glauben würde. Überleg mal, der Maid ist tot und der Bär schafft alleine den Nächsten, Bär. Oh mein Gott. Und er hat nicht mal die Star-Power gehabt, der Bär. Wie ist das Tor gefallen? Keine Ahnung. Okay, jetzt sind wir dann alle gegen einen Mortis. Alter, der rasiert jetzt komplett hier. Okay, der Colt. Ich weiß jetzt nicht, was er vor... Als ob die ihn nicht finden, so. Ich denke mir immer, keine Ahnung. Aber wenn sie das irgendwie öfter... Ich meine, er steht direkt neben ihm. Wie kann man ihn nicht finden? Ich verstehe das nicht. Die haben ihn echt nicht gefunden. Der hat einfach komplett alle Hups genommen. Nein, Deinemar. Was machst du da? Warum? Oh mein Gott. Aber Tickhopf kommt. Also muss schon sagen, Tick gegen 8-Bit. Eins gegen eins hat auf jeden Fall der TTC krass gewonnen, ne? Okay, jetzt hier Edgar mit 19 Cubes. Gegen Edgar. Oh mein Gott. War das Absicht? Wir wissen es nicht. Aber wenn es Absicht war, war es krass. Er ist einfach ein Feld drüber gesprungen. Und der andere wollte ihm ausweichen. Und ist einfach in dasselbe Feld da durchgesprungen. Das war krass. Eigentlich müsste er jetzt... Eigentlich müsste er nur Shandy gewinnen. Der hat auch 8 Cubes. Da sehen wir auch, wie das Schildgadget halt krass sein kann. Und am Ende gewinnt ernsthaft der... Der Crow? Und damit sehen wir jetzt hier eine Bibi. Die hat irgendwie Spaß mit den Jump Hits. Und wenn ich der Karl wäre, wäre ich richtig sauer. Guck mal, er versucht es so hart auszuweichen. Und der Nani hat nicht mal gut gezielt. Und dann wird einfach die Bibi zum 31. Und trifft er aber komplett. Oh! Nein! Das war so knapp. Oh, er hat so versucht am Ende... Ich bin einfach ein Ticken schneller als er. Oh, der Sport... War das Absicht? Hat er seinen eigenen Mate rausgeholt? Oder war das der Gegner? Das ist die Frage. Das ist fast ein richtiger Fail. Oh, die Runde ist... Was? Er hat einfach den Bug ausgenutzt. Niemals. Er hat einfach komplett den Bug ausgenutzt. Ich fass es nicht. Er hat einfach den Bug ausgenutzt. Wenn er es bewusst macht, wäre krass. Oder ob sich das weiß ich nicht. Edgar, Edgar, Edgar. BTF-M-Wiederholung. Er weicht der Shellyult aus und springt direkt ins Jump Hits... Äh, in Teleporten ist er zurück und killt sie. Das wäre einer der krassesten Place, die ich je gesehen habe, glaube ich. Ob es Absicht war oder nicht, wissen wir nicht. Aber die Shellyult hat auf jeden Fall reingefällt. Das ist klar. Wahnsinn. Okay, Boxer muss den Ball mitnehmen eigentlich. Sprout macht die Wand dazwischen. Gut gemacht. Der Boxer wird getroffen. Oh, das war doch die nächste Wand. Das Ding ist, dass bei Sprout gibt es da sogar ein Gadget. Äh, ne. Ich glaube ein Gadget. Mit dem man direkt die Wand essen kann und direkt die nächste Wand hat. Das ist dann noch schlimmer. Man hat einfach unendlich Wände. Das ist echt insane. Und die armen Gegner haben überhaupt keinen Bock mehr langsam. Aber sie arbeiten sich langsam vor. Sie kommen immer so ein paar Zentimeter voran. Aber auch die Mates haben inzwischen keinen Bock mehr und denken sich, komm, jetzt mach einfach mal hin. Okay, was wird das jetzt? Okay. Ähm. Das Problem ist das Jump-Hit. Die Shelly kann ja auch mitspielen. Oh. Alter. Das war krass. Sie haben direkt das nächste Jump-Hit gesetzt. Und dadurch, habt ihr gesehen, hat sich die Shelly direkt weggeflogen wieder. Und sie haben das Jump-Hit davor noch aktiviert sogar. Supersmart. Das hat irgendwie nicht ganz so funktioniert, wie es funktionieren sollte, glaube ich. Also eigentlich war der Plan, glaube ich, mit dem Teleporter, dass er sich aus der Ulti raus teleportet. Aber irgendwie hat er sich reingeteleportet. Ja, ne, also manchmal, ne, keine Ahnung. Aber haben wir auch alle, ne? Oh, Pookie einfach hier. Okay, keine Ahnung, was er davor hatte, aber es hat überhaupt... Aber die Frage ist zum einen, warum schießt Pookie in die falsche Richtung und warum schießt der Mate dann noch durch und nicht ins Tor? Oder war das, war das den, ihr Tor? Nein. WTF? Pookie hat in die falsche Richtung aufgemacht und der andere hat in die falsche Richtung geschossen. Hä? Nein. Die wollten an die Wände schießen. Ich check's jetzt erst. Oh mein Gott. So, nochmal, ich hab's jetzt erst verstanden. Also wir sehen hier, eigentlich wollte Mortis an die Wand ins Tor schießen. Und weil Pookie dann aufgerultet hat, hat er durchgeschossen. Also, ich hab's jetzt gar nicht gecheckt, ich bin so doof. Aber es war natürlich auch unlucky, dass er genau in der Sekunde einen Trickshot machen wollte. Aber warum, warum macht die Jelly auch die Wände auf? Das ist die große Frage. Vor allem in die falsche Richtung halt, ne? Das ist eher die Sache. Ich hab einfach die Tore, die Wände direkt ins Tor aufzumachen. Oh mein Gott, der Mortis. 34 HP. Der Edgar hat einen Energy, der ist auch schneller. Oh mein Gott, Alter. Ein anderer Mortis kommt auch noch dazu und ist direkt gestorben. Nur der Mortis mit 34 HP hat sich auf jeden Fall gelohnt auszuweichen. Er hat hoffentlich einen guten Platz gelegt. Oh. Okay, ja, das war jetzt, das war, das war eine gute Rolle. Ah, dann hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, dass da einer mein Combo denkt. Was ist das? Ich, 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 ich gehe mal stark von aus, dass es eine Testspiel-Lobby ist. Alles andere wäre komisch. Was ist der Mortis so? Ich frage sich eher, was die anderen... Ich hab keine Ahnung, wir fragen einfach nicht. Also, das ist doch safe. Oh, was? Also, wenn es keine Testspiel-Runde war, dann hat der Mortis einfach die kompletten Teamer-Hops genommen. Ich glaub, es war eher nicht. Ich denke, es ist ein Testspiel. Oh, fünf Sekunden, die spinnen sich schon. Pass auf. Deine Mann. Warum? Oh mein Gott. Ich wäre so sauer auf ihn. Warum hat das denn gemacht? Also, manche Clips kann man echt nicht fassen. Die sind so doof. Das ist echt ein Zane. Das ist wirklich so dumm. 20 Cubes ist hier. Okay, was machen wir? Ich glaube, es rollt so ein bisschen. Ich geh mal davon aus, dass da irgendwie einer verkackt hat. Was? Hat er es geschafft? Er muss es schaffen. Alter. Oh mein Gott. Er hat einfach den Teleport aktiviert und hat dann die Ult drauf geworfen, dass der Boxer in den Teleport reingenockt wurde. Wie krank ist denn die Blaze-Sylweise? Okay, da auch wieder. War vielleicht eher anlaki, wir wissen es nicht. Aber der Boxer hat auf jeden Fall aufmerkackt. Ja, der verschwindet irgendwo im Nichts. Hä? Wie krank eigentlich, ne? Okay, Piper soll eigentlich jetzt keine Chance haben, oder? Ich muss sagen, ein Piper ist echt dumm. Man kann damit einfach nicht rächen, wenn die dieses Rückschuss-Gadget haben. Also dieses Gadget, was andere zurückstößt. Damit rächnet man nicht, weil das andere benutzen eigentlich alle dieses Ziel-Gadget. Und wenn sie dann doch das Rückstoß-Gadget haben, dann ist es so unfair teilweise und man rechnet auch überhaupt nicht damit. Das ist, ja, keine Ahnung. Ist natürlich nice, aber es ist so gemein. Also als Nahkämpfer wird man zurückgestoßen zum Beispiel und ist noch verlangsamt. Was zur Hölle geht ja gerade bei der Blatt bitte ab. Die ist irgendwie einfach in der Mauer stecken geblieben, keine Ahnung. Oh, der springt weg, der Crow. Oh mein Gott, das war krass. Er ist erst weggesprungen vom Bot und hat dann predicted, glaube ich, oder? Ne, nicht predicted. Na, doch so halb predicted, wo der andere hingesprungen ist. Auf jeden Fall sehr schnell reagiert. Das war stark. Er muss jetzt nicht ein drittes Mal sehen, aber war schon krass. Ja, ich hab's verstanden, danke. Okay, was macht das? Oh nein, Lu, nein. Das war's, oder? Ja, aber muss auch ehrlich sein, mir ist es auch letztens... Okay. Ich nehm's zurück, er hat mega Lack gehabt. Mir ist aber auch letztens passiert, tatsächlich. Manchmal versteht man nicht ganz, wo die Bubble Hill fliegt, dann ist es schon zu spät und wird getroffen. Obwohl die Bubble schon längst zu sehen ist. WTF, was geht da denn bitte ab? Wie wird er denn noch rumgeworfen? Die haben einfach viermal rumgeworfen. Und nochmal. Und wieder zurück. Die spielen einfach Volleyball mit ihm. Das ist echt gut gemacht. Also Props an der Stelle, also Respekt an der Stelle an den Videoaussteller. Da müsst ihr unbedingt vorbeischauen, das war sehr gut editiert, fand ich. Was war das jetzt? Die Ult, glaube ich, gedroppt. Er hat im Flug die Ult gedroppt? Wo ist sie überhaupt hingeflogen? Das ist ja ultra krass. Es sieht aus, als eine Dinovac-F in die Fähigkeit, in der Luft Bomben abzuwerfen. Wie krass. Sollen wir hier den Edgar und den Cold? Oh, also wenn das predicted war, dann wäre es krank. Ich glaube es noch nicht, aber Griff caught auf jeden Fall, ne? Das war's für ihn. Oh, was hat der Brocke jetzt hier? Der Gene kann in Polen, genau. Irgendwann Frank dachte ich einfach in dem Moment, ja komm, jetzt reicht's mit Team, kein Bock mehr, ich kille jetzt beide. Okay, was machen die? Hat der gerade in der Sekunde einfach plötzlich das Jump-Hit die Richtung geändert? Wenn es so war, dann war's krass. Der hat einfach plötzlich das Jump-Hit einfach nochmal neu hingesetzt und die Richtung geändert vom Jump-Hit, dass es in den Poison geht. Krass, ein Zubub. Schicken die gerade einen Tick-Hopf los, okay. Okay, trifft nicht. Ah lol, der hängt fest. Ja gut, da kann der Tick-Hopf auch nichts machen, ne? Dann 34 AP. Ja, schmierige Angelegenheit für den Tick-Hopf. Zapfish Gaming ist hier, okay. Das ist mir genauso passiert bei meinem Push auf 30.000 Trophäen. Damals war das Cold Gage noch so, okay. Wir haben beide gleichzeitig geschossen, am Ende waren wir beide tot. Und ich hatte keine 30.000 Trophäen. Das hat mich extrem geärgert. Ah, es ist halt immer dumm, wenn sowas passiert. Okay, wieder ein Gale. Was zur Hölle. Wieso wird der Gale überhaupt zurückgestoßen bei seiner Ult? Das ist normal. Haben die das geändert? Haben die das geändert? War das ein Bug gerade oder ist das immer so bei Gale? Ich bin nicht drauf geachtet. Immer so zurückgestoßen. Oh, was ist denn die geändert, oder? Wer ist besser, du oder der Bot? Keine Ahnung. LOL, stopp mal ganz kurz. Das ist der Bot einfach. Ja, hier ein Trickshot. Was? Schauen wir uns die Trickshot nochmal an. Hier, zack, zack. Das ist ein wunderschöner Trickshot. Also da kann man sich echt die Frage stellen, wer ist besser, der Bot oder du? Also muss ich sagen, in dem Fall auf jeden Fall der Bot. Es ist ja, ich hätte auch mal gerne so ein Match. Das ist schon mal vorher. Ich mache so ein ganz normales Match. Sagen wir, auf dem Entwickler-Account testen einen neuen Brawler. Gegen Lukas oder so. Und dann kommt der Bot einfach und packt so einen Trickshot aus. Und ich denke, ich so, fuck, ich habe einfach verloren. Okay, was passiert hier? Keine Ahnung. Es eskaliert einfach alles komplett. Der Dynamite wartet immer noch. Wir sehen hier die Sicht nochmal. Okay. Vor der komplette Eskalation. Alle bringen sich um. Okay, das sind fast schon alle Tore. Der Dynamite wartet immer noch. Überhaupt nicht schnell haben die sich alle getötet. Die Runde der Poison kommt noch nicht mehr. Und der Dynamite wartet immer noch. Und er hat gewonnen. Also sowas sieht man auch sehr, sehr selten, dass man so gewinnt. Er hat einfach die komplette Runde nichts gemacht. Dann haben sie sich umgebracht. Aber das war auch sehr lucky, weil die haben sich auch alle sehr schnell umbringen müssen. Weil die Giftfolgen kommen eigentlich immer schon sehr früh. Oh mein Gott. Wie ist der Ball da zurückgekommen? Aber am Ende war er drin. Ich weiß es nicht. Und der Tix springt los mit seinem Kopf. Der Edgar weischt aus. Der Kopf bleibt liegen. Okay. Und der Edgar. Der Kopf kommt wieder. Und. Voll. Der Kopf kommt. Ich dachte gerade schon, es muss aus irgendwas noch passieren. Der Kopf kommt noch. Aber Edgar, warum läuft der auch zum Kopf hin, statt einfach wegzuspringen? Ja, war wahrscheinlich zu spät. Okay, 19 Cubes der Carl. Und den Teleport. Oh, die Achse. Killt die jemanden? Hey, also manche Momente sind einfach zu krass, ne? Überleg mal, die Achse ist über das komplette Feld geflogen. Ist eigentlich nicht ein Bug sogar oder ist es gewollt? Ich weiß es nicht. Die Achse über das komplette Feld zu Carl rüber. Und. Killt einfach. Also komplett. Das ist. Die kommt aus nichts einfach. Die chillt einfach über ihr Leben. Und dann kommt plötzlich diese. Diese Achse einfach angeflogen. Total random. Total. Total. Aus nichts einfach. Okay, ich sehe Boxer gegen Sandy. Sandy. Sehr stark Sandy. Guter. Guter Play. Und jetzt hier der nächste Boxer. 13 Cubes jetzt. Oh Gott. 14 Cubes hat der Boxer. Okay. Und jetzt. Ja, das ist die Mieswerkprodukte, muss man wirklich sagen. Okay, jetzt hier Dynamite gegen Gale. Was macht Dynamite? Er springt hoch und nimmt den Hops. Ja, also teilweise. Die meisten dieser Fails sind eigentlich vor allem krasse Plays von den Gegnern, muss man wirklich sagen. Also es ist echt heftig, was da teilweise passiert. Was zur Hölle macht der Tick-Kopf da? Hä? Einfach Pro-Player, der Tick-Kopf. Da denkt sich einfach, nee, der Teleport ist schneller. Oh mein Gott. Das ist, glaube ich, wieder ein Triple-Killer, oder? Ich würde gerne mal diese Schüsse sehen. Also es war noch das... Ja, haben es gerade gesehen. Sehr geil. Es war damals noch, als das Cold Gadget noch OP war, ne? Und noch nicht genervt wurde. Alter, das hört sich richtig gut gedocht. Okay, der geht los. Dann wird das noch nicht ausreichen, oder? Okay, das ist jetzt natürlich dumm gelaufen für die Jack... Nein, der Poison. Die Gift wollten kommen. Wird die jetzt daran sterben? Ich will es gerne wissen. Ich denke schon. Oh nein, sie hat einfach so verzweifelt. Sie läuft automatisch in die Gift-Wall. Ne, sie kann nichts machen, klar. Oh, das war schon gut. Wenn noch dieser Nani-Kopf zurückgenockt hat. Oh, das wird es nicht schaffen, glaube ich. Ja, ich wollte es versagen. Das ist, wenn man übermotiviert ist. Und denkt, man hat eine Chance. Und am Ende läuft man rein und ist instant tot. Ist mir leider auch schon häufiger passiert. Oh. Okay. Oh nein, der Arme wird in die Mine reingenockt. Das Problem bei Abel ist halt immer, dass er so langsam ist. Alter, nicht schlecht gedodged. Stark. Was ist denn jetzt passiert? Mit der Wand hat er gedodged, oder wie? Ey, war wie zu... Dadurch, dass er in die Luft von der Wand geworfen wurde, glaube ich, ist er nicht getroffen worden. Kann er das nochmal machen? Alter, also eigentlich müsste er für nicht getroffen werden, auch wenn er in der Luft ist. Aber tatsächlich, man kann die Wand nutzen, um die Bombe zu dodgen. Das sind teilweise echt Tricks, die man sich auch abschauen kann. Das wusste ich selber nicht. Weil rein logisch gesehen wird die Bombe einen eigentlich auch treffen, wenn man so einen halben Zentimeter beim Boden schwebt. Aber bei Brawl ist es so, dass man nicht getroffen wird, wenn man in der Luft ist, scheinbar. Also krass. Was genau passiert? Ich verstehe es gerade nicht. Okay, Ulti kommt. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Sechs Spikes. Die geht ganz schnell in die Runde. Oh mein Gott. Wer gewinnt? War das unentschieden? Mal schauen. Einfach unentschieden. Ey, das war geil. Ja, das war die Map damals. Da habe ich mal einen Rekord aufgestellt für den schnellsten Push von 0 auf 7,50. Da bin ich auf, ähm, ich glaube in 45 Minuten habe ich gepusht von 0 auf 7,50. Das war stark vom Boxer. Da hat er einfach reingeworfen. Ich glaube, von Bock mehr jetzt. Oder Rico trifft die Ult nicht? Doch, er trifft sie. Aber was war da ein Fail dann? Ah, er wurde einfach von der Boxer Ult in die Schüsse reingelockt, oder von Meteoriten. Was? Wie lucky ist denn die Shelly, bitte? Überlegt mal. Normalerweise in der Mitte hat man total verloren. Und es sind einfach nur Nahkämpfer außen. Und dadurch gewinnt sie die Runde wahrscheinlich sogar. Ey, wie lucky muss man bitte sein? Oh, oder gewinnen sie das? Jetzt arbeiten alle zusammen. Jetzt werfen sie die rum. Ah, ich denke, ich... Ich hätte gerne auch weigsehen, wie es weitergeht. Ich denke, sie hat die Boxerin gekillt. Das Ulti. Eigentlich auf jeden Fall. Krass, ne? Ich überlege mal, wie lucky das ist. Also, wenn ein Tick wird es immer so schwierig werden. Ich weiß jetzt nicht, warum... Ah, ich würde gerade sagen, ich weiß nicht, was daran besonders ist. Aber jetzt haben wir es gesehen. Also, dieser Tick-Kopfzug ist echt für häufige Überraschungen. Ja, okay, das fand ich jetzt eher... Es sah aus wie bei so einem Jamal-Run irgendwie so eine komische Abkürzung, die man nehmen muss. Äh, Samy's? Irgendwie. Okay. Lass mich raten. Sie wird wieder Erster. Das hatten wir ja vorhin schon. Komm, wenigstens einen Kill muss ich noch machen, die Runden. Ansonsten wäre es Low wieder. Ist die AFK? Oh mein Gott. Okay, jetzt. Die Gefolgen kommen. Sie sind schon. Tja, es war genau so, Alter. Sie ist... Sie sind wirklich alle gestorben. Das krasse ist halt wirklich, dass die Gefolgen nicht kamen, obwohl sie... Also scheinbar war sie sogar AFK, ne? Das ist echt krass. Okay, der wurde irgendwie total verkackt. Wir übernehmen. Diese Sprouch-Schüsse teilweise sind auch sehr, sehr random. Die Junge, die... Der Spoiler ist wahrscheinlich auch so. Nice. Okay, sie hat gegen Nita. Er läuft weg. Hol deinen Bären raus. Äh, irgendwie... Äh... Habt ihr das auch manchmal, dass einfach andere Gegner sich einfach umbringen und vor euch weglaufen, nicht einfach zu fighten? LOL, oder Gene dodged, aber die holt hier noch. Ich hab jetzt öfters das... Hier, auch der? Die laufen einfach alle in die Giftfolgen. Bring ich dich um. Er hat gar Angst zu schneiden. Warum kann ich nicht einfach ganz normal gewinnen? Ich hatte es auch schon häufiger. Habt ihr das auch manchmal? Ich weiß es nicht. Also bei mir ist es so, ich hab manchmal Gegner, wenn die wissen, dass sie sterben, die laufen einfach in die Giftfolgen. Das hab ich immer wieder. Keine Ahnung warum. Bei Duosho, da macht es ja Sinn, dass man die Cubes nicht kriegt, muss ich sagen. Aber ansonsten verstehe ich das manchmal nicht. Okay, der Bockzeit auf jeden Fall. Und Surge, glaube ich. Damit absolut sein Schicksal überlassen. Der hat gar keine Chance mehr. Ne, der... Der... Okay, jetzt hier Leon, was passiert? Er kann ja nochmal zurückjumpen. Oh lol, der Schatten ist zurückgesprungen. Die checken das nicht. Oh mein Gott, die checken das überhaupt nicht. Mal kurz eine Wiederholung. Also hier sehen wir es mal, der Schatten wird zurückgesprungen. Also der Schatten ist automatisch zurückgesprungen. Und die haben nichts gecheckt. Die haben nicht gewusst, dass der Leon jetzt dort ist. Komplett krank. Jeder hätte gedacht an der Stelle, dass der Leon weg ist. Dass er tot ist. Aber der Schatten ist zurückgefallen. Krass. Sehr, sehr krass. Oh mein Gott. Der Gale ernsthaft mit der Ult. Ja. Alle rausgestoßen. Perfekt. Ich hätte jetzt gerade auch gewusst, ob die auch verloren haben. Ich denke mal eher, dass sie gewonnen haben mit den 10 Cubes trotzdem. Oh, wo ist die Shandy hin? Krass. Oh nein, ist das schwierig. Ich glaube, der Cole kann eigentlich einfach one-shotten. Wie tippt. Hat er gerade zwei auf einmal gekillt? Oh, Alter. War sogar ein deutscher Spieler, der arme Crow. Einfach hier, irgendein Kind. Haben wir zu Hause gesessen da, unser Leben gechillt hat. Dann kommt der Cole und nimmt es einfach komplett auseinander. Was ist das jetzt? Ah. Oh, praktisch. Die haben die Kulett befreit. Und die kriegen noch die ganzen Cubes. Manche Momente sind einfach so lucky. Ich meine, das war so aussichtslos für die. Was soll da passieren, denkt man sich. Und dann kommt sowas. Zwei killen sich und die Wand geht einfach durch Zufall auf. Das ist so krank. Das ist wirklich so. Das überlegt man. Die Runde war so vorbei für sie. Dann gewinnt sie wahrscheinlich sogar deswegen. Okay, das war ein absoluter Bug. Das ist halt so bitter für die Leute, die gerade ein Tor schießen wollten. Und ist der Ball wahrscheinlich noch an der Stelle, wo sie gar nicht mehr rankommt. Das komplette Spiel über... Oh, nee. Einfach Search, einfach Teleport. Das ist halt echt so. Keine Ahnung. Ich guck mich auch wieder rübergekommen ist. Oh, nein. Lass mich raten. Zumindest sind wieder ganz viele Meteoroiden auf den einen... ...den einen Gene. Oh, je. Ja, es ist schon kein Bock mehr. Es spinnt sich schon. Das Ding ist, er geht wahrscheinlich auf ihn. Nee, eigentlich müsste es eher auf die anderen gehen. Weil es gibt doch inzwischen auch eine Funktion, dass es eher auf Leute geht, die... ...die beieinander stehen, die Meteoroiden. Oder, glaube ich, eingeführt mal mit einem Update. Dass es gegen Team ein bisschen vorgeht. Aber irgendwie klappt es hier gar nicht. Weil alle standen nebeneinander und nur der Gene wird betroffen. Aber er hat gewonnen, also. Was ist wieder? Was ist das passiert? Ja, irgendwie kamen die Ulten aus der Ball zurückgebauern. Das ist ganz komisch. Oh, der ist vielleicht richtig abgestaubt. Also, wenn es... Es war schon Absicht, aber es war... Also, es war lucky. Er hat halt nur auf den Search gezielt. Dann hat er durch Zufall noch die... ...Rikolite getroffen, würde ich sagen. Lol, die ist ja mega smart platziert. Er hat... Der Kopf weiß auch nicht, was man machen soll. Die Station ist einfach... Wenn man so einen Spot halt findet, ist krass. Wenn die dann keinen Werfer haben, um irgendwie ranzukommen oder... Keine Ahnung, halt nicht rankommen können, dann ist es sehr krass, ne? In der Healing Station war es locker, drei Sekunden nicht anzugreifen. Außer da hat der Pickett das gemacht. Okay, das ist, glaube ich... Ich glaube, es kennt jeder von euch. Der Moment, wenn das Internet versagt... ...und ihr nichts mehr machen könnt. Außer einfach zu spammen. Also, eigentlich müsste er... Ich würde sagen, die killen sich gegenseitig am Ende. Nehmen wir mal treffen. Okay, ne? Die Jess hat getroffen. Nicht schlecht. Aber man muss auch sagen, der letzte Schuss war ja einfach Zufall. Ich meine, die hätte beide kaum leben noch. Was war daran jetzt besonders? Hat er sich gespinnt davor? Ich glaube, ne? Was ist das jetzt? Uh, alter, Nani macht das echt gut, gerade im 1 gegen 1. Alter, wieder gedodged, zweimal. Der Colt wird schon sauer. Nicht schlecht. Das war, man muss es sagen, echt gut bespielt von... Oh, ist ja mies. Alter, jetzt hat der Schuss abgebaut. Sie denken, er ist safe. Dann kommt der Schuss einfach noch zurück. Sowieso, die Sprout-Schüsse bouncen teilweise echt noch ziemlich weit ab, muss man wirklich sagen. Oh, la, Leon, unsichtbar. Nimmt sich den blauen Stern. Hä? Hä? Nein, alle sind unsichtbar. WTF? Es ist komplett verbuggt. Hä? Mortis, Penny, die haben einfach immer wieder die... Hä? Es war komplett verbuggt einfach, keine Ahnung. Oh, die Wand kommt für den Bären. Äh, Edgar, du weißt schon, dass du springen kannst, oder? Wieso ist er nicht gesprungen, frage ich mich einfach. Hat einfach springen können. Wieso nicht? Er hat einfach gebadet und dachte sich so, nee, ich hab verloren. Alter, das war krass mit Daryl. Okay, die Daryls hier rollen einfach beide los. Das ist so ein Bug. Wenn da diese Totenköpfe sind, sieht auch saukrass aus, dann kann man ja ein bisschen weiterrollen. Oder ein ganzes Stück weiterrollen mit Daryl. Wie die halbe Map oder so. Die haben da beide sich so einen Spaß draus gemacht und rollen einfach im Duell. Alter, das war schon krass, ne? Wie weit man da rollt. Sieht auch echt heftig aus, wenn er noch die ganzen Knochen dann so abschießt in dem Gadget. Okay, jetzt die BB gegen die Boxerin. Die Bubble kommt. Oh nein, die Bubble kommt zurück. Die Bubble kommt zurück. Ja, das war's. Keine Chance. 20 Cubes. Vielen Dank fürs Zuschauen. Krass, dass ihr bis zu diesem Punkt zugeschaut habt. Deswegen vielen Dank für den Support. Lasst auch gerne ein Abo da für weitere Videos. Schaut hier noch im Abstand vorbei. Und nutzt gerne CreatorCode Jonas, wenn ihr mich im Shop supporten wollt. Und ja, haut rein. Euch schon einen schönen Tag und danke, dass ihr so lange zugeschaut habt heute. Ciao.